hallo ihr lieben heute ist sonntag und wir haben ein neues video heute machen war mit hydroflow was das habe ich bei der stefanie äther oder ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen mir bestellt und das hat super funktioniert und hydroflow besteht aus zwei komponenten einmal aus dem aktivator das ist der flüche flüssige teil und dann einmal den pulver teil und das ganze wird 1 zu 2,5 gemischt das heißt ein teil von dem aktivator also von dem flüssigen und ein 2,5 teile von dem pulver und ich habe auch da wieder gemerkt das hatte ich aber bei dem resin schon dass ich da mit meiner rührtechnik noch so ein bisschen dran arbeiten muss das ist aber tatsächlich mein ding weil ich habe es bei anderen youtuber jetzt auch schon gesehen gehabt die haben das wesentlich besser hinbekommen und einfach vom rühren her aber für mich jetzt auch vollkommen okay ich probiere es zum ersten mal aus und freue mich dann natürlich dass es dann eben auch mal was anderes ist hier muss man auch daran denken dass man dieses ganze nicht so behandeln muss wie jetzt zum beispiel beim epoxidharz das epoxidharz man mischt man hat bestimmte farben die man zusammen mischt und dann zaubert das epoxidharz arbeitet es damit und man ist überrascht was rauskommt was jetzt hier bei den materialien so nicht funktioniert da muss man tatsache so ein bisschen mehr machen und da muss ich mich noch so ein bisschen reinfinden und einfach ein paar techniken entwickeln wie zum beispiel ein marmorier effekt dahin zu bekommen ist und aber das wird auch und ich freue mich tatsache ich habe mir extra den großen pot bestellt damit ich einfach genug material habe um das ganze auszuprobieren und immer wieder noch was neues zu machen und habe jetzt auch einmal die form die schon bei dem resin hatte von der firma raya und einmal einen teller und und meinen kleinen buddha habe ich jetzt auch wieder gemacht und das sind für mich halt so aktuell die drei formen mit denen ich es halt sehr gerne jetzt ausprobiere wie es halt am besten funktioniert und weil da einfach auch ein vergleich möglich ist wie die unterschiedlichen materialien jetzt funktionieren und habe dann auch entschieden also ich hatte jetzt eben so ein bisschen hoch und runter gemacht damit eventuelle luftblasen halt so ein bisschen rauskommen und habe mich dann entschieden dass ich es mit zwei farben machen möchte das heißt ich habe dann geteilt und habe mich für ein rot und für einen blau türkis ton entschieden das sind alles pulverpigmente aus dem epoxidharz die ich da hatte weil ich einfach da ja unterschiedliche farben sowieso schon da hatte habe ich geschaut ob das funktioniert ich werde es bestimmt auch noch mal mit einem acrylfarben zum beispiel probieren ob das damit auch funktioniert damit man da halt so ein bisschen flexibel ist das hatte ich bei dem resin ja auch gemacht auf grund dessen weil dort hatte ich ja nur das pigment was bei der firma raya zu kaufen gibt vor ort gehabt und das war für mich halt zu wenig man hat nicht die intensität hinbekommen wie ich sie gerne wollte und dadurch habe ich dann einfach gedacht haben nehmen wir doch einfach mal das epoxidharz pigment pulver und genau und hier habe ich jetzt so ein bisschen versucht das ganze die übergänge hinzubekommen wie so eine art marmor effekt aber eigentlich auch wieder nicht ich musste so ein bisschen schauen weil die ränder wo das rein fließt damit diese schale so entsteht war halt sehr eng das heißt das ist nicht ganz so schön reingeflossen wie ich es gerne wollte bin dann auch mit einem spatel dann eben da in die lücken reingegangen damit dort halt genug von dem material reinkommt und habe es eben immer wieder so ein bisschen auch gegen geklopft oder eben hochgehoben damit die luftblasen auch rauskommen und nicht so ja ich weiß gar nicht wie man es nennt damit halt eben wirklich jede lücke gefüllt wird ähnlich habe ich es auch ich habe im abwechselnden modus jetzt meinen kleinen buddha gemacht und wie gesagt ich liebe diesen kleinen buddha jetzt nicht weil ich buddhist bin das bin ich nicht aber wie sage ich immer so schön jede religion hat ja auch etwas was man dann eben halt für sich rauszieht also mache ich zumindest so und ja ja dann hatte ich noch genug von dem material jetzt und habe es dann in diese teller form gemacht ihr seht schon ich wie gesagt ich muss noch so ein bisschen dran arbeiten ich glaube man kann es auch wieder von diesem klümpchen so befreien das wusste ich zu dem zeitpunkt aber noch nicht das heißt die klümpchen sind jetzt da leider so ein bisschen drinnen in dem teller aber der teller ist trotzdem schön geworden also ich will es nicht schlecht reden und dementsprechend ihr werdet das ergebnis ja auch noch sehen und ich lieb's und lasst euch also überraschen ja ich hoffe ihr seid neugierig was ich mir noch so einfallen lasse während es jetzt gleich trocknet und die das raus machen ich euch zeige aus den silikonformen ich freue mich wenn ihr gerne meine videos schaut wenn ihr vielleicht ideen habt was ich gerne ausprobieren soll was ich gerne machen möchte sind ja noch ein paar sachen die ich auf der liste habe aber freue mich natürlich auch über kommentare von euch und genau also lasst mir gerne ein kommentar da einen daumen nach oben oder ein abo ich freue mich total sehr drauf und dadurch habt da keine scheu oder wenn ihr irgendwie gerne sachen noch mal sehen wollt oder ähnliches also schreibt mir gerne im zweifel ja ihr seht schon bei mir ist ja so ein bisschen in den silikonform ist das ja alles so ein bisschen drüber gewesen das heißt ich musste jetzt so ein bisschen erstmal die kanten so ein bisschen in form und aber wie gesagt der teller ich finde ihn der ist sehr sehr schön geworden und auch diese schale da ist so ein mini äckchen rausgebrochen was ich jetzt aber auch gar nicht schlimm finde und auch da unten drunter ich werde noch so ein bisschen weg feilen aber ich glaube das ist trotzdem vollkommen okay so und habe da auch ein schönes ergebnis jetzt bekommen sie stehen ebenmäßig was eben ja auch wichtig ist ich hatte immer so ein bisschen zu tun mit der silikonform aber wer mit silikonform arbeitet der weiß es ist schwer ja und hier ist mein kleiner bruder ihm fehlen leider ein zwei finger da bin ich wahrscheinlich nicht weit genug reingegangen das heißt da ist glaube ich einfach nicht genug von dem material dann reingekommen dadurch ist diese fingerchen nicht ganz so gut ausmodelliert worden aber auch da wäre ich noch mal probieren ich habe jetzt auch einen bruder mit dem resin zum beispiel den habe ich jetzt gerade erst verschenkt und auch die eine schale die ich da gemacht habe und das sind einfach auch wunderschöne geschenke ne also hier dieser kleine butter der helle den meine ich und ich finde so eine geschenke haben einfach das sind so schöne kleine mitbringsel die einfach echt schön sind und ja ich hoffe euch gefällt es auch probiert gerne mal aus ich kann es nur empfehlen es ist einfach was ganz ganz schönes und jetzt einfach noch meine kleinen herzen die ich vergessen hatte zu filmen da ist sind so kleine süße herzen aus geworden und ja und dann seht ihr da unten schon zwei fields die ich davor gemacht habe und ich habe es nicht lange genug trocknen lassen es war einfach ganz 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 doof die farben sind total toll aber das war einfach total mein fehler und ich wollte es euch nicht vorenthalten auch fehler passieren und habe es dann auch sofort nochmal probiert und ich finde den zweiten versuch so schön auch geworden und ich finde auch die farben kommen sehr schön und da kann man sich glaube ich ganz 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 toll mit ausprobieren und ganz viel kreativität mit reinbringen hier nochmal ein zwei drei fotos davon und ja ich hoffe euch hat das video gefallen ihr seid hoffentlich am sonntag wieder mit dabei und ihr habt mich hoffentlich schon abonniert und ja wenn nicht ist das auch vollkommen okay aber so könnt ihr natürlich auch dann kein video verpassen und ich freue mich sehr über jedes abo über jeden kommentar über jeden daumen nach oben und ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag und wir sehen uns nächste woche bis dann tschüss bis dann bis 3 bis